So, herzlich willkommen zurück zu meinem Drei-Let's-Play und wir versuchen das jetzt mal mit diesem Raus hier weiter Und das jetzt hat aber ordentlich einen bekommen Und das müssen wir natürlich gleich mal speichern Ach, ein Segen, das Vieh ist tot und letztes Mal war es so'n Krampf Soll mir recht sein, so Meine Guide hat verbraten, aber das macht nichts Ist irgendwo noch einer Oh Ein ziemlich unangenehmer Geselle auf jeden Fall Ah, was, so Nein Vergiss mal ganz schnell So, wo ist jetzt dieser Was ist denn hier eigentlich noch Ah, von da kamst du auch her, gib zu Wo bist du Ach, nur frei Hier, die müsste halt noch nicht hundertprozentig auseinanderhalten Das ist leider so'n kleines Problemchen So, jetzt dürfte der mich hinter mir in Ruhe lassen, hoffe ich Oh, ne, nicht so einer schon wieder Naja Er hat eingesehen, dass er sterben muss So Ist immer nicht oben Gott, so viele Wege und Türen Was voll Schlimmes ist So So Dann bleibt ja nur noch die Tür Was sind wir nicht da Eine Oh, ne Ich glaube, hier wollte ich nichts hin Ist tot? Nein, nicht tot Bin ich dafür gleich Jupp Und deswegen gehen wir hier nicht hin Das lassen wir nochmal in Ruhe Das Ding da Jetzt gehen wir erstmal hier weitermachen Das halte ich für sinnvoller So Und hier müssen wir hier auch noch hin So Ich werde mal dieses rote Vieh finden Das ist doch ein Scheinkanne Wäre schön gewesen Etwas rotes muss ich suchen So Schön, dass die Explosion durch die Wand hindurchguckt Grafisch mäßig so 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 Hm So 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 Hm ja Die Homings funktionieren auf jeden Fall supi das mach halt einen abgang junge boah du hast aber schild hier lassen ohne ende dann ist das ja in ordnung so speichern krankenfregatte nightingale undoc kontrolle wir haben eine erhebliche funktionsstörungen an undoc klammer 2 bitte um sofortige hilfe hilfe das hat erst später gelesen muss mich erst mal selber helfen so wow was ist hier alles in energy verlieren vielleicht sollte ich mir wirklich erst mal selber helfen ist hier nicht irgendein energy dings gewesen auf jeden fall ist hier schon mal ein spawner wieder weiß mich auch nicht was man davon halten so so hier sind ganz viele homies nehmen wir doch mal mit von der guided sehr schön so wo war jetzt dieses blöde energy center da ist er gar nicht so weit weg bin ich ja schon bin ich ja schon öfter mal hinfliegen können da hätten wir noch eine energy convertieren können igual hoch müssen wir ja bam das schild muss kaputt gemacht werden ne deshalb so zack und jetzt kommen wir den ganzen ramsch sinnvoll einsetzen das zeug so speichern immer schon sowas schönes hier hier ist noch mehr schild mehr schild jetzt lese ich mal diese komische nachricht definitly could be worth a visit later completed durch den raffinerikämpflegen freigeht medical freigeht nightingale to hunger control request increments for dog and clam please repeat dog and clam 2 is still locked need assistance for immediate departure aha ihr wollt also dass wir diese komischen dinger da ja negativ sie reagiert nicht ich wiederhole underklammer 2 reagiert nicht wir sitzen hier fest und ich habe 13 passagiere an bord sie müssen einen notfallentriegelung oder so etwas finden schnell äh ich lass mir erstmal Zeit ich trinke mir erstmal einen schluck aus der cappuccino tasse aus meinem imaginieren weil ich gerade keine habe aber ne so so funktioniert alles nicht hm na egal oh mir spreche ich das jetzt erstmal so ok na gut erster schritt scheint aber getan zu sein erster schritt scheint aber getan zu sein so hier war auch noch irgendwo so ein komisches Vieh und da unten sehe ich auch wieder so ein komisches Ding na komm man geht da unten geht da unten geht da unten hier ist keine Mistvieh hält aber auch was aus hier was ist das überhaupt für die komische Dinger ich könnte gar nicht diskutieren was das sein soll kann dir auch mal jemand sagen wer das weiß was 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 und wo denn ich werde beschossen und weiß nicht von wem wer oder was beschießt mich was 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 ach es könnte natürlich rein zufällig die geschütztürme da oben sein das ist natürlich ein argument das ist natürlich eine möglichkeit das könnte sogar realistisch erscheinen und und mal ausschalten nur wie muah fuck das geht immer ich habe mich auch ganz schön geschlaucht schon wieder aber es ist mir gar nicht ich spreche das jetzt trotz warum ist so ein Ding schon wieder warum ist so ein Ding schon wieder was wird denn jetzt schon wieder ähm was von links von links wo denn ah der schießt durch die wand das sehe ich doch ach der ist das dann ess mein laser auf der schmeckt richtig lecker ey das kann ich dir versprechen wer da hängt ey lass das sein du Arschgesicht und stirb einfach mal bitte dankeschön was hast du ach waus ja waus ist auch gut die wand ist auch ziemlich leer so kaputt machen das kann nur richtig sein zack eine schmarrt so oh Energie ja so wollte ich das haben und jetzt beende ich mal kurz die Aufnahme und dann hole ich mehr Energie und dann sammle ich das ganze Zeug ein so dann bin ich wieder frisch und munter mit neuer Energie und dann konvertieren wir mal so so okay das für ein Ding das weiß ich auch nicht können wir das kaputt machen komm greif mich hm 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 keine Ahnung was das für Dinge sind da hängt was dran und dann wie ist das hier und dann geht's dem Raumschiff wieder besser wenn er ein Laser eingeschlagen hat oder was ist mit dem Teil Okay, ich glaube ich muss noch mal losfliegen Definitiv Also noch mal So, ich bin zurück von meiner Reise Und dann will das nächste Zeug ein Zack, und aufbauen hier So Wäre dumm, wenn ich da nicht zurückfliegen würde Schönen Wumms auf jeden Fall So So, jetzt müssen wir das wahrscheinlich machen Gut Das haben wir hier oben, erstmal absichern hier Ah Ja, jetzt haben wir schon Wow Imd Oh Was soll er Halt doch nicht so viel aus So Noch jemand, der stört Oder Ja, du, ne Du, auf jeden Fall Oh, du Scheiße Und du Arschkind Babbam Das war's auch mit dir So Noch jemand Ne, rauskriegen will ich noch nicht Weil ich glaube, dann ist das Level zu Ende Könnte ich mir jedenfalls vorstellen Und das möchte ich so noch nicht 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 in Benutzung Geht wohl alles von vorn beschimpft, nicht? Was, da ist schon wieder irgendeiner Alter Alter, ist das bloß ein Kackding Warum macht das so viel Schaden, das elende Drecksteil? Seht ja gar nicht ein Hey, es hat funktioniert Ihr PTMC-Piloten erstaunt mich immer wieder Nochmals danke, Kamerad Ich sehe besser zu, dass ich hier wegkomme Macht 50 Euro So Oh Ja, was steht da drauf? Bittet Jetzt ist das bestimmt Alright Okay, ja Okay Ja, es scheint nicht stabil zu sein, blablub Aber ich glaube, das ist doch noch nicht zu Ende Ich muss, glaube ich selber nicht was drücken denn ich wollte eigentlich ganz gerne noch Energy holen und natürlich auch noch gucken was da hinten noch los ist ne vielleicht muss aber auch noch weitermachen kann ja sein erstmal hole ich mir nochmal Energy aber falls es sich jetzt erinnert leg ich euch mal gemeinsam nochmal hin weil... aber ich glaube das ändert noch nicht, nein gut äh die Runde und hier ist auch schon meine Energy zack soweit ist es jetzt auf mich so und dann hier hoch und dann sind wir auch schon da und dann können wir speichern so ist hier noch irgendwas zu tun ne da ist nichts los ja gut also das Medical Schiff kann jetzt wieder Raumschiffe verarzten na das ist ja auch schon mal was so jetzt will ich erstmal gucken was hier noch ist den Spawner vernichten und so naja das muss sein lass mich da durch Nächster bitte Nächster bitte das macht Spaß ich hoffe nur ich hoffe nur das hier irgendwann mal Ende ist der will nicht nein nicht nicht du die anderen Gegner waren mir deutlich lieber man warum hat das so ne Erschütterung das scheiß Ding ahhh lass es doch mal bleiben tief oh ich mach mich nur merken als alles andere sind hier irgendwas besonderes das lohnt hier nicht zu fliegen wenigstens boah was ist denn hier los das ist nur noch richtig was zu tun was zur Hölle ich speichere das mal extra so so oh das ist noch ein Ding na ach du scheiße verzieh dich keiner will dich so erst mal ne Raketen die schmecken richtig lecker sag ich dir so hier Raketensalat so viel ändert ich auch schon wieder nicht mehr so was ist denn hier so besonderes äh ja hier ist doch gar nichts gutes hier ist doch gar nichts gutes nur ein paar Rocket leased aber was soll ich damit und jetzt sag nicht schießen das ist kein Argument Das ist aber wiederum schon ein Argument Ihre atemberaubende zielsuchtfähig Wird zwar schon festgestellt Aber vielleicht macht es wenigstens ein bisschen Wumms So Okay Mehr ist nicht abzugreifen oder Zurzeit wohl erstmal nicht Was haben wir denn hier Von da kamen wir oder wie sieht das aus Ja ich glaube ja Von hier kamen wir glaube ich Also da gibt es Ruhe Na von hier sind wir gekommen Und dann war da unten oben keine Ahnung wo Irgendwo noch eine Tür Beziehungsweise geht es auch noch runter Ja das meinte ich aber So eine NAB Beim repeat haben wir hier noch Was ist hier noch War frag Geht es noch richtig weiter Oh Mensch Oh nein Da oben Ja ich muss hier mal weg Nicht du Nicht du Nicht du Du bist gar nicht gut Gott Da ist noch einer Ich erinnert Äh Welchen Dings habe ich eigentlich noch Och geht ja noch Boah ist ja noch mehr Ist noch mehr irgendwo Mein Gott Gibt noch richtig die Post ab hier Ich muss hier mal durch Aber hier sind auch noch schöne Sachen ne Was muss ich denn wirklich mal sagen Das ist nur zum Ausrüsten wie es scheint Ich denke wenn ich da oben rausfliege Dann habe ich die Mission geschafft Und die Megas nehme ich doch gerne noch mit Die will ich ja noch haben So Interessant dass das nicht in hell wird Was höre ich da Ist das der Guideboot oder ist das ein Gegner Ich schätze mal Das ist der Guideboot Ich hoffe es für ihn Dass er es ist So Oh meine Uhr ist schon wieder am Ende Aber ich denke mal Dass das gleich vorbei ist Gutsch Und auch nicht Dann ist hier noch alles Komplex hier Das glaubt man ja gar nicht Da ist bestimmt wieder so ein Ach ja der Als hätte ich es nicht ahnen Dass der da wieder ist Wo ist der denn jetzt da Zwei Scheiße Na gut Wenn da noch so viel los ist Dann machen wir das nächste Mal Aber ich will jetzt noch mal gucken Ob das da oben jetzt rausgehen würde Rein aus Interesse halber Tatsächlich Okay dann bis zum nächsten Mal Dann machen wir den Rest weiter Nächstes Mal So also da geht es tatsächlich raus Ähm Ich habe zwar gesagt Wir sehen uns nächstes Mal Aber ich möchte das jetzt irgendwie abschließen Was haben wir denn hier noch So einer Das ist schon mal gut Das ist mir natürlich sehr dankbar für Ich will jetzt noch mal wissen Wie weit das hier noch geht Das muss ja irgendwann mal Ende sein Hier auch mal Diese ganze Ecke Ja es sieht gut aus Hier geht es nämlich nicht weiter Also würden wir hier komplett zurückfliegen Dann haben wir noch dieses Dann machen wir das noch fertig Dann packen wir das alles nur ein Part Dann wird der Part ein bisschen länger Aber dafür haben wir dann alles drin Ist doch auch was Weil sonst mache ich nämlich nächstes Mal Ein Part wegen zwei Minuten Dieses Level Und das ist ja Quark Muss ja jetzt auch nicht sein Gut Dann hat jetzt irgendwie diese Viecher da Oh Dem hat es jetzt schon zerlegt Das ist super Mars 3-12 Was sind die Viecher schon da Ach scheiße Das ist ja irgendwann online los Alles die Fusion schlecht Nummer 1 Speichern wir mal So Es war nicht mehr viel Aber das ist mir egal Hauptsache das Spiel Stepp jetzt da irgendwie macht Ups So Ich kriege hier auch noch What's up Das ist direkt viel Fuckin' die Nooil Jezu kito So, ich kann mir natürlich jetzt den natürlich sinnvoll nutzen, aber so weite Wege jetzt fliegen... Nee, muss ich jetzt auch nicht haben. So. Gut, habe ich jetzt alles? Scheint sowieso total sinnlos hier rein zu fliegen eigentlich, ne? Weil man muss es nicht, aber... Punktegeier. So. Gut. Da waren wir ja jetzt. Gut, dann kommen wir hier wieder zurück. Dann können wir die Mission jetzt doch abschließen. Ich brauche einige Homings. Da liegen doch bestimmt noch irgendwo tausende rum. Da war ja alles, ne? Ja, das habe ich gemacht. Uah, was geht da rein? So, wir hatten diesmal ein längerer Part, aber... Licht noch Schild. Wieso habe ich das nicht mitgenommen? So. Ich will das Level jetzt echt abschließen. So. Gut, dann haben wir das. So. Und da... Zack. Und da haben wir das noch zu wenig waren. Das ist man natürlich besonders vorsichtig, ne? So. So. Gut. So. 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 Hier unten runter hier. Äh, hier links. Zack. 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 Und dann raus hier jetzt. Speichern. Jo. Okay. Ähm, dann musste ich hier raus. Und ja, da ich das weiß, dass es jetzt zu Ende ist, sehen wir uns das nächste Mal mit neuem Aufnahmeprogramm wieder. Und in deutschem Briefing. Bis denn dann, bye bye.